Also eine Aufgabe zum aktuellen Corona-Thema. Jemand möchte sich einen Aluminiumhut bauen. Hier sieht man den Aluminiumhut, um sich vor den geheimen Mächten zu schützen, die seine Gedanken mit Strahlen beeinflussen wollen. Klingt total abstrus, aber es gibt Leute, die denken so. Gut, und die erste Frage ist, wie viel Quadratzentimeter Aluminium braucht man für einen Hut? Und das ist die Mantelfläche. Da gibt es eine Formel und die lautet Pi mal R mal S. Und dieses R, das mache ich jetzt mal blau, das ist dieses R hier. Und der Hutumfang ist 56 cm und diese rote Linie ist 40 cm. Und ich kriege diesen gesuchten blauen R, den bekomme ich mit dem Umfang. Andere Formel, U gleich 2RP, also das kleine R. Also R gleich U durch 2Pi gleich 5,6 durch 2Pi in Zentimetern. Und dann habe ich die 8,91, also das blaue R da, das da, das ist 8,91. Da haben wir schon blau. Und es ist ja gegeben und dann kann ich die Mantelfläche ausrechnen. Pi mal 8,91 cm mal 40 cm gleich relativ viel. Was war das? 1.120, genau. 1.000 eingerundet Zentimeter, Quadratzentimeter. So viel braucht er. Gut, die nächste Aufgabe war, wenn er das dem Basteln möchte, eine Bastelanleitung bauen. Also wenn er es basteln möchte, dann muss er irgendwie einen Kreis nehmen und von diesem Kreis so einen Sektor ausschneiden. Und braucht dann dieses Stück da. Und wie mache ich das jetzt? Also welchen Winkel Alpha muss ich hier haben? Und da jetzt mal wieder, also rot, das hier sind die 40 cm. Und der kleine Radius kommt hier nicht vor, aber der Umfang ist hier 56 cm. Und das geht jetzt einfach so mit einem Dreisatz. Ich habe ja die gesamte Fläche, also den ganzen Kreis und auch den ganzen Umfang. Also von dem Großen. Also U gleich 2, ich mache mal großes R, Pi. Also U gleich 2 mal 40 cm mal Pi. Und wenn ich das in Relation setze, also Alpha durch 360 Grad ist 56 cm durch dieses 2 mal 40 cm mal Pi. Also der Winkel zum ganzen Winkel. Vielleicht ein bisschen viel geschmiert. Also kleiner Winkel zum Ganzen wie 56 cm zum Ganzen. Und das sind keine Formeln, das ist einfach so das Verhältniszeugs. Und damit habe ich dann Alpha zurück. Alpha gleich 360 Grad mal 56 durch 2 mal 40 mal Pi. Die Zentimeter kürzen sich hier weg. Also Alpha ist ungefähr dann so 80 Grad. Und wichtig, damit kann man auch die Mantelfläche berechnen. Also das ist eine der Formeln hier. Die kenne ich auch nicht auswendig. Aber bei der Mantelfläche kann ich ja... Was ich auswendig kenne, ist die Fläche vom Kreis A Kreis gleich R² Pi. Ja, und dann kann ich doch auch sagen, also das ist viel, ja. Also Mantelfläche zu A Kreis, ja, wie 56 zu dem Ganzen, habe ich das ausgerechnet. Ja, 251 war das, der Umfang, das sind hier, das sind 2, 5, 1. Also 256 zu 251 wie die Mantelfläche zur ganzen Kreisfläche. Und so kriege ich den Mantel ohne die Formel für den Mantel, die man wirklich nicht braucht, aber den Kreis, den braucht man immer. Das war's.